es geht weiter super smash bros hier in diesem video und heute wie es bestimmt im titel schon steht wird das hier der letzte bad sein denn ich habe alle charaktere freigeschalten und werden mit den restlichen charakteren heute die bonus stage spielen und dann werde ich noch einmal versuchen das andere das also diesen one player games spielen und ja ich spiele heute auch dem emulator wo ich dich etwas langsamen fps habe aber nicht so eine gute grafik dafür ich hoffe es ist zu verständlich ok und nun let's go ness ist jetzt dran ich wusste erst noch auf seine fähigkeiten drauf kommen so ok ok also ich kann nicht diesen blitz kontrollieren ja warte mal aha so hier muss ich hoch ich bin auch so dumm und ich glaube ich weiß sogar mit dieser fähigkeit von es kann man sich hoch busten ich kann sie sehr schwer ausführen also scheiße so funktioniert das aber ich kann das sehr schwer ausführen so 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 nice daneben yes so hoch so so komme ich glaube ich nicht da hoch ist auch egal so so komme ich aber hier hoch würde ich muss dann später da noch rüber glaube ich zumindest oder warte mal nee muss ich nicht muss ich nicht denn die drei die drei letzten tafeln sage ich mal so sind hier so ich glaube ich gehe jetzt hier nach unten ja gut und hier bringe ich jetzt einfach runter und mache es so habe fast daneben gerochen aber egal so jetzt kommt captain falcon ja mal sehen wie es mit bei dem wird aber sein mit seinem moment sollte ich eigentlich einfach einfach klar kommen okay okay was gibt es noch okay nein nein ach du scheiße wieso kann ich diese plattform hier nicht dieses ding hier nicht zerstören okay 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 dann gibt es noch den angriff sag ich mal so so okay und wie soll ich es hier machen also ich glaube hier hier wird es noch damit damit hier gehen ja aber hier hier wo wusste ich doch wusste ich doch wusste ich doch dass ich jetzt hier verkacke aber egal neuer versuch so so yes falken 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 wir haben keine zeit hier nachzugeben so yes so zack Dann hier hoch Yes Junge, ich bin so dumm Ich bin einfach nur dumm So So Yes Und damit werden die Targets Break the Targets Komplett und jetzt müssen wir noch die Zweiten, also die Plattformen Machen, das machen wir Als erstes wieder mit Ness Hä? Wie soll ich das mit Ness machen? Aha Jetzt weiß ich es ein bisschen Nein, 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 nein Jetzt habe ich es ein bisschen gecheckt Wird es auch schwer sein Aber egal Yes Hä? Geschafft Oh ne Und hier muss ich es wieder machen knapp aber geschafft also scheiße und fahrt warte mal kann ich nein ich kann nur zwei solche sprünge machen so yes fast so und nein 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 ja fast fast und damit hätten wir es mit nest geschaffen jetzt kommt captain falcon zack zack ich habe nicht falcon wird es einfach sein so 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 und so und und weiter geht's nein okay vielleicht wird es nicht so einfach mit falcon auch sein so was was ist die fähigkeit die man braucht vielleicht brauchen den hier um darüber zu kommen dann später keine ahnung run falcon run ja so run 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 nein 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 so diese plattform ich glaube hier ja 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 ich sage dazu einfach nichts ich sage kein kommentar dazu einfach zu diesem fall so 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 und go ja renn du keck so run so ja so funktioniert es ja so funktioniert es hä hä why ich bin doch gesprungen eigentlich ich bin doch gesprungen eigentlich merkwürdig aber egal aber egal so so los falcon run so ach du scheiße come on ich will ich will das auch ich will das schnell schaffen falcon dann um dann noch diesen ding zu spielen obwohl ja das wird dann auch mit diesen ganzen challenges sein aber da lasse ich mich so richtig durch foltern und zwar mache ich das auf hart doch ich bin doch mal ich bin doch mal ein ich bin doch mal ich bin doch mal Dann mache ich es einfach rückwärts. Das war's. Wurde auch klappen. Ja. Kann man hier sehen, dass es auch klappt. Haha. Trick 17 Spiel. Damit hast du nicht gerechnet. So, was? Mein IQ wirst du nie übertreffen. Spiel. Haha. Oh. Das war schon dumm. So, bewege ich mich so schneller? Nee. So, run. Nein. Wieso habe ich das gemacht? So. Ja. Und. Yay. Und damit hätten wir auch das geschafft. Okay, jetzt kommt das, wo ich so richtig durchgefoltert werde. Denn ich mache das auch very hard. Und zwar mit. Mit wem denn? Mit wem? Einen von denen auf jeden Fall. Oder mit Luigi? Nee. Ich glaube, ich nehme Yoshi. Ich nehme Yoshi. Obwohl, nee. Vielleicht DK. DK. Okay. Seid bereit. Und schraubt die Lautstärke eurer Kopfhörer runter. Denn jetzt hört rumgeschehen. So. Nein. Ah. So. Den ersten Treffer konnte ich schon schätzen. So. So. Nice. Nice. Ah. Du Kack. Und nichts anderes bist du, Link. Das Herz gehört mir. Haha. Okay. Wenn das very hard ist, dann weiß ich nicht, was hard ist. Yes. Hat zwar ein bisschen Zeit gekostet. Aber er ist tot. Geht es weiter? Das wird easy. Ich glaube, das hier reicht es nur, Downbeat zu spammen. Und das war's. Ja, weil die sind dumme und kommen einem selbst in die Falle. Du, 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 du. Du, du, du. Jetzt wird's schon etwas härter. Aber normal reicht es, Downbeat zu spammen. Ich hasse gelbe Yoshis, denn die sind nervig. So. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Gut ausgewischen. DK. So. Und so. Easy. Richtig gut, Donkey Kong. Du hast sie alle zu much verarbeitet. Yes. Ich glaube, ich glaube, jetzt werden wir wir zu much verarbeitet. Geht's weiter? Och, du Scheiße. Jetzt werden wir so richtig zu much verarbeitet. Mit Fuchs ist nicht zu spaßen. Nämlich. Denn er hat ziemlich viele Fernkampfangriffe. So. So. Eh. Nice. Nein. Oh, nee. Nee, 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 nee. Haha, jetzt wird Easy ihn schön verfolgen. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen vielleicht weniger labern, denn ich muss mich konzentrieren, um den zu vernichten. Haha, du Idiot. Und damit hätten wir ihn vernichtet. War eine harte Angelegenheit. Aber geschafft. Okay, das hier wird einfach sein. Denn hier gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob das hart oder very hart ist. Ich habe bei Fuchs ja leider ein Leben verloren. Das ist leider nicht so gut, aber egal. Ha, geschafft. Und hier einfach jetzt. Yes. Easy, sage ich da einfach nur. Okay. Der ganze Donkey Kong schön an die alten Zeiten von den Donkey Kong Arcade Games erinnern, wo er schön Mario... Wo er schön... Der Feind von Mario war. So. Luigi. Du Keck. Ich muss Down B Spammen kurz. Okay, jetzt nicht. Aber jetzt ein bisschen. Nein. So. Nein, 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 nein. Nein. So. Nein, 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 nein. Du, 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 du. So. Komm runter. Danke, komm. Wieso ist Falken so scheiße? So Mario ist schon tot Gut Falken, du bist so ein Idiot Ich bin auch so ein Idiot Endlich Ich fache die Scheiße Das war das Das war schlimm Das war einfach so schlimm Und jetzt werde ich noch von Pikachu Schwarz und Unschön gemacht Ich will mich nicht mal wehren Ich bin schon jetzt Bereit zu sterben So Pokéball Oh So Ja Wenn ich Pikachu jetzt schnell vernichte Wird das gut sein Pokéball Schmeiß ihn D.K. Nein Letztes Leben Also wenn ich es verkacke Dann werde ich es nicht mehr neu probieren So Laserschwert wie in Stormors So Pikachu 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 Keck Pikachu Nein Naja Dann war es das wohl Obwohl Ne Noch nicht Noch eine Sache Muss ich euch zeigen Und zwar hier Und zwar gibt es glaube ich eine Stage Eine Sequel Stage noch dazu Äh Ja Ja Diese hier Die spielen wir jetzt noch kurz Und dann ist es wirklich das Ende Aus den modernen Smashbox Games kennt man diese Stage So So Nein So Yes Yes Oh Luigi Du rasierst Ness Du bist ein Arschloch Du bist ein Arschloch He 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 Nein 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 D.K. Es tut D.K. Das ist sehr gut Und Ness Hat auf die Fresse Von mir gekriegt E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.K. Dann gehe ich doch hier zur Seite. Nehmen wir die Shell! Ja, die geht. Warte mal. Ich bin aber auch dumm. Hehe. Ness, du musst weg. Oh, shit. Von DK sollte man sich jetzt distanzieren, weil ihr wisst, selbst. Ach, scheiße, DK. Also, DK ist mein direkter Konkurrent. Power Block. Yes. Pokéball. Yeah. Pokéball rasiert für mich. Bitte. DK, du kleiner Wichs. So. Ness, du stirbst. Und ich sterbe fast auch. Und es gibt hier sogar diesen Sound, wenn die letzten 30 Sekunden anbrechen. Geil. So. Ness, komm her. Okay, ich schläge noch einmal weg. Aber egal. So, denn... Ihr werdet jetzt trotzdem sterben. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Wenn nicht, dann ist es traurig. Aber egal. Und die Zeit ist ab. Und ja. Ich habe gewonnen. Und mit diesem... Ja. Mit diesem Sieg beende ich diesen... Dieses Let's Play. Also, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann schreibt euch mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Und verpasst kein anderes Projekt. Bis dann. Und ciao. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.